Mein Name ist Dennis und heute erzähle ich euch von meiner Geschichte. Ich wollte eigentlich an diesem Tag mir nur eine Uhr kaufen. Wir fangen ganz von vorne an. Ich war mit meinem besten Freund Sipan in der Spilo. Und ich habe an dem Tag einfach abgeräumt. Ich bin mit einem 20-30er reingegangen und habe 500 Euro gewonnen. Ich bin durchgedreht. Ich und Sipan, wir stehen auf, wir geben uns Faust, wir geben uns Hand. Und wir umarmen uns. Wir haben ein fettes Bild gekriegt. Wir sind richtig am Durchdrehen. Wir sind voll am Feiern. 500 Euro haben wir gewonnen. 500 Euro habe ich gewonnen. Entschuldigung, ich. Ich habe 500 Euro gewonnen. Ich buche direkt rüber. Ich sage zu Sipan, komm her bitte. Ich trage schon seit drei Jahren diese Tommy Hilfiger Uhr. Lass uns eine andere Uhr für mich kaufen bitte. Er sagt, komm. Ich sage, wo? Er sagt, komm her, ich kenne ein richtig gutes Uhrengeschäft in der Stadt. Wir fahren los. Ich sage, halt erst mal kurz bei Aralbra. Ich tanke jetzt erst mal dein Auto voll. Ich hole dir eine Schachtel. Ich hole mir eine Schachtel. Und dann gehen wir los. Auf jeden Fall, ich gehe in die Tankstelle rein. Ich habe natürlich für ihn voll getankt. Ich habe für mich eine Schachtel geholt, für ihn eine Schachtel. Ich will gerade zu diesem Kühlschrank hin. Ich will gerade mir eine Eistee Pfirsich holen. Ich liebe Eistee Pfirsich. Und er sagt, Bruder, lass mal diese Filme bitte. Eistee Pfirsich, voll viel Zucker drin. Komm her, ich habe was Besseres für dich im Auto. Ich sage, ja, okay. Wir bezahlen, wir gehen zum Auto. Er macht Kofferraum auf. Er hat so einen Shaker dabei. Er hat so einen Pulver. Ich sage, was ist das? Er sagt, Bruder, das ist von Firma Holy. Ich zeige dir das. Er macht das in den Shaker rein. Er macht was rein. Das war so ein Geschmack. Grüner Tee. Grüner Tee, Apfel. Er macht das rein. Er schüttelt das. Er sagt, Bruder, jetzt trink mal. Ich trinke, ich trinke. Ich sage, Bruder, was ist das für ein geiler Eistee? Er sagt, Bruder, der ist von Firma Holy. Ohne Zucker, ohne nichts. Schmeckt Bombe. Ich sage, wo finde ich den? Und an dieser Stelle erstmal einen riesen, riesengroßen Dank an unseren heutigen Sponsor Holy. Holy hat den stabilsten und leckersten Eistee. Mega. Einfach zuzubereiten. Einfach mit Wasser. Pulver in den Shaker. Schütteln, trinken, genießen. Link findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung mit dem Code. Viel Spaß mit dem Eistee von Holy. Gönnt euch den. Und gebt mir gerne Feedback, wie ihr den fandet. Und jetzt viel Spaß mit der Story. Wir fahren los. Wir sind bei diesem Uhrengeschäft. Ich suche mir eine Uhr aus. Budget 250 bis 300 Euro. Ich habe eine Uhr gefunden. Direkt mitgenommen. Wir sind zu Hause. Mit dem Restgeld, was wir hatten, sind wir wieder Spielurgang. Wir haben das verballert. Das Geld war null, nichts weg. Ich habe aber immer noch richtig Bock zu zocken. Ich bin noch nicht befriedigt und ich weiß, dieser Automat wird was geben. Was machen wir? Was machen wir? Er sagt, Bruder, ich habe eine Idee. Ich sage, was ist los? Er sagt, Bruder, da ist so ein richtiger Dulli. Sein Vater hat einen Kiosk. Er arbeitet immer abends da. Ich schwöre, Bruder, der hat nichts drauf. Lass uns Masken kaufen. Lass uns reingehen, ihn bedrohen. Nimm das Geld. Wir machen uns heute ein richtig chilligen in der Spiele. Die ganze Nacht. Ich habe zu ihm gesagt, bist du sicher? Er sagt, ich bin mir eine Million Prozent sicher. Lass uns nicht diskutieren, Bruder. Lass uns los. Wir besorgen uns diese Masken. Wir gehen in den Kiosk rein. Wir haben so eine Spielzeugpistole sogar dabei. Der Typ ist wirklich auf dem Kopf qualmt. Der hat keine Ahnung. So ein richtiger friedlicher Junge, der arme Junge. Ganz ehrlich so. Er war jetzt kein Dulli, aber er war einfach ein friedlicher Junge, der einfach ruhig war und kein gewaltbereiter Mensch war. Sagen wir mal so. Wir gehen rein. Wir halten Knarre gegen ihn. Wir sagen sofort das ganze Geld aus der Kasse. Oder wir knallen dich ab. Er weiß gar nicht, wohin mit sich. Er ist total nervös. Er wusste nicht mehr, wo die Kasse ist. So nervös war er auf einmal. Wir sagen, da ist die Kasse. Man drückt den Scheißknopf. Er drückt den Knopf. Er holt alles raus. Wir sagen, gib uns noch ein paar Schachteln. Pack uns alles in eine Tüte rein. Er gibt uns die Tüte mit Schachteln. Er gibt uns das ganze Geld. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir kennen ja unsere Stadt. Wir wissen ja Schleichwege hier und da und verstecke. Wir rennen, 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 rennen. Wir sind locker 10, 15 Minuten gerannt, gesprintet. Irgendwann, wir nehmen die Masken ab. Wir bringen die Zigaretten weg. Wir haben die irgendwo versteckt. Wir sind erstmal zu Spilo gegangen. Ganz wichtig ist, wir gehen erstmal zu Spilo. Wir gehen in Spilo. Wir gucken, wie viel Geld hat er uns gegeben. Das waren 1.300, 400 Euro, die er uns gegeben hat. Das war 650 bis 700 Euro für jeden. Wir haben gezockt. Wir haben Kaffee getrunken. Wir haben unsere Zigarette geraucht. Wir haben geredet. Wir waren auch null unter Adrenalin. Null, null, null. Das hat uns gar nicht gejuckt. Diese Spielsucht war das Wichtigste, dass wir die erstmal jetzt befriedigen. Das war sehr, sehr wichtig. Wir haben schön gezockt. Wir waren bis 7 Uhr morgens da. Raus. Wir sind aus dieser Dunkelheit rausgegangen. Die Sonne direkt in unser Gesicht. Augen haben voll wehgetan. Und wir denken so, fuck, Alter, wie lange waren wir da drin? Und wir gucken, es ist 6, 7, 8 Uhr morgens. Wir gehen erstmal nach Hause. Wir haben 10 Stunden durchgepennt. Wir treffen uns abends wieder. Wir sagen, komm, lass mal kurz zu diesem Kiosk gucken, was da so abgeht. Wir gehen zu diesem Kiosk. Derselbe Junge ist wieder da. Wir sagen, hey, was geht? Gib uns mal bitte jeder eine Schachtel. Ich hab mir noch was Süßes mitgenommen. Sieht man, sagt schon wieder zu mir, was soll dieser Scheißmann? Ich hab dir gestern schon mit diesem Eistee erklärt. Jetzt willst du was Süßes nehmen. Dieser Eistee wird dir auch nichts bringen. Mach das weg. Nimm das nicht. Nimm dir lieber so einen Riegel. Er sagt, Bruder, nimm mal lieber so einen Proteinriegel. Das ist viel, viel besser als diese Scheiße, die du dir da jedes Mal gibst. Guck dir mal deine Wampe an. Ich hab gesagt, schmecken die? Er sagt, ja, schmeckt. Ich so, gib her. Süper war einfach der geborene Verkäufer. Er hat mir gesagt, das ist schlecht, das ist besser. Ich hab das direkt ihnen geglaubt. Weil er das so schmackhaft einfach gemacht hat. Ich hab dann diesen Proteinriegel genommen. Wir haben unsere Schachtel genommen. Wir haben den Jungen beobachtet. Es war alles okay. Wir sagen, hey, was war gestern los? Wir haben gestern irgendwie gehört, hier war Überfall. Und er sagt, ja, Bruder, hier waren so zwei Leute. Ich hab Polizei angerufen. Den hat das gar nicht richtig gejuckt. Die haben meine Daten aufgenommen und sind einfach wieder weggegangen. Ich so, Bruder, pass demnächst auf dich auf und so, Mann. Versuch dich zu verteidigen. Guck mal, ob du vielleicht irgendwie auch was hast, irgendeine Waffe oder so. Er sagt, Bruder, nein, Mann, ich kann sowas nicht. Scheiß drauf, Mann. Ich hab denen das Geld gegeben. Das ist doch nicht wichtiger als mein Leben, Mann. Ich sag, ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Er sagt, Gott sei Dank sind die nicht am Sonntag gekommen, Alter. Sonntag wären hier 4.000 Euro drin. Gott sei Dank sind die Montag gekommen, wo wenig los war. Wir sagen zu ihm, ja, Bruder, pass einfach in Zukunft auf dich auf. Wir gehen raus. Wir können ja sagen, ey, 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 hast du gerade gehört, was er gesagt hat? Sonntag 4.000 Euro? Er sagt, Bruder, ich schwöre dir, der Typ ist so durch mit seinem Leben. Lass uns da Sonntag wieder hingehen. Ich sag, Bruder, komm. Sonntag, 22 Uhr. Ich hab ganz kurz zu Sipan gesagt, ich so, Bruder, ist das nicht auffällig, wenn wir Sonntag gehen? Er sagt, Bruder, was für auffällig, hör mal auf mit solchen Filmen. Ich sag, ja, okay. Wieder Masken rauf. Wir gehen rein, wieder Knarre. Er sagt zu ihm, sofort das Geld. Sofort, sofort. Und Sipan hat ihm noch ein Ding gegeben, dass es noch ernster rüberkommt. Er gibt ihnen ein Ding. Ich bin voll schockiert. Ich so, Digga, das war doch gar nicht geplant. Was machst du da? Hab ich mir so gedacht. Der Typ aber richtig unter Schock auf einmal. Er hat diesmal sogar noch eine Bombe gekriegt. Er sagt, bitte, bitte, ich geb euch alles, was ihr wollt. Lasst mich einfach nur in Ruhe, bitte. Wir sagen, los, ganze Geld. Er gibt uns das Geld in der Kasse. Wir sagen, hast du noch irgendwo was anderes? Er sagt, ja, ja, warte, warte, warte. Er holt unter der Kasse auch irgendwie so eine Tasche raus, so eine schwarze. Er macht die auf. Er holt auch so einen Batzen raus. Er sagt, gibt uns das auch. Wir sagen, wenn ich jetzt hier irgendwas suche und was finde, ich bring dich um. Ah, er sagt, nein, nein, du hast alles. Wir gehen raus. Ich war kurz davor zu sagen, gib mir noch eine Schachtel, aber ich dachte mir, Digga, bist du irgendwie... Wir sind weggerannt. Wir sind weggerannt. Wir zählen, wir zählen, wir zählen, wir zählen 5.600 Euro. Ich gucke sie an und ich sage, bitte. Junge, das funktioniert, Alter. Stell dir mal vor, zwei solcher Überfälle im Monat. Natürlich nicht immer im selben Kiosk, irgendwo anders. Den können wir uns aufbewahren, wenn es mal so richtig eklig wird, nichts läuft. So in fünf, sechs Monaten, wenn er es vergessen hat, machen wir es wieder mit ihm. Aber, Digga, stell dir mal vor, wir haben zwei Überfälle. Pro Überfall 4.000, das sind 8.000. Jeder von uns 4.000 Euro im Monat. Hayat. Er sagt, ich schwöre, du hast recht. Dann haben wir uns überlegt, welchen Kiosk kann man überfallen? Welchen Laden kann man überfallen? Wen kann man abziehen? Digga, das war so einfach, das war nicht mehr normal. Wir haben uns einen anderen Kiosk gesucht, selbe Szene gemacht. 3.000 anderen Kiosk, 3.000 anderen Kiosk, 4.000. Wir haben uns von Kiosk zu Kiosk durchgearbeitet, von Laden zu Laden durchgearbeitet. Es war nicht immer nur ein Kiosk, es waren auch manchmal so Lebensmittelgeschäfte, andere Geschäfte. Es hat immer wieder funktioniert. Irgendwann haben wir eine Tankstelle ausgeraubt. Aber wir hatten immer wieder Glück, dass wir nicht gepackt wurden. Wir wurden nie gepackt. Wir hatten die neuesten Klamotten, wir laufen durch die Stadt mit unseren Tüten, alles voll mit Markenklamotten, neue Uhren, was weiß ich, neue Klamotten, Kette, Seitenzupfer, Bad gemacht, Solarium, alles, alles. Wir hatten einfach alles. Es war einfach Bombe. Wir hatten Geld, wir waren auf niemanden angewiesen, es war einfach mega. Irgendwann hatten wir so viel Geld. Ich habe zu Sipan gesagt, Bruder, ich will mir eine teurere Uhr kaufen, für 10.000. Den Namen kann ich euch leider nicht verraten, aber es war eine teure Uhr. Er sagt, Bruder, ich weiß auch ganz genau wo. Er sagt, komm, wir gehen. Wir gehen in die Stadt. Wir sind in diesem Uhrengeschäft. Er sagt, ihr müsst euch vorstellen, du gehst in diesen Laden rein, Theke so und Theke so. Der Typ ist natürlich hinter der Theke, wir sind vor der Theke. Und hinten geht ein Raum rein, da hat er auch wahrscheinlich irgendwelche Uhren gebunkert, keine Ahnung. Und da waren natürlich noch ein paar andere Kunden. Die hat er gerade beraten. Er sagt zu uns, hallo, wie geht's? Und seine Hände sind so auf der Theke. Hi, wie kann ich euch helfen? Ich höre noch, die Tür geht auf, die Frau geht raus. Alles klar. Uhr geguckt. Ich habe gesagt, diese Uhr gefällt mir. Darf ich die mal kurz anprobieren? Ich probiere die an. Ich gucke so, alles klar, geil. Was kannst du am Preis machen? Er sagt, die kostet 12. Ich habe gesagt, 12 ist zu viel, ist nicht mein Budget. Er sagt, ich gehe nochmal 200 Euro für dich runter. Ich so, Digga, bei einer 12.000 Euro Uhr 200 Euro runtergehen. Mach nicht so, Bruder. Gib mir die für 10.500. Er sagt, geht auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ich nehme die jetzt mit. Ich habe Bargeld dabei. Er hat gesagt, nein, 10.500 ist zu viel. Gib mir 11.600. Ich sage zu dem Bruder, nein, das ist noch zu viel. Er sagt, ich kann nicht mehr runtergehen. Mit der Tasche rausgeholt. Zack, 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 zack. 11.000, einfach auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, hier, 11.000. Ich gebe dir keinen Cent mehr. Er sagt, geht klar. Er holt so eine richtig geile Dings, so eine Box. Er macht mir die rein. Das sah so geil aus. Ich wollte die aus dieser Box gar nicht mehr rausholen. Ich habe ihm sein Geld gegeben. Ich habe die Uhr genommen. Wir sind rausgegangen. Ich mache Tür auf. Wir gehen raus. Wir sitzen im Auto. Wir gucken uns beide die Uhr an. Richtig nice. Übertrieben nice. Und dann kam mir das Ganze vor wie so ein Film. Wie ein Film war das. Ich sage zu ihm, ey, Bro, hast du das gerade eigentlich mitbekommen? Wir sind reingegangen. Seine Hände waren auf den Tresen. Er sagt, ja. Ich so, hast du diese Frau gesehen, die vor uns drin war? Er sagt, ja. Ich so, seine Hände waren auf Tresen. Checkst du nicht, was ich dir damit sagen will? Ich so, er sagt, nein. Ich so, Bruder, seine Hände waren auf Tresen. Er hat nicht irgendwo einen Knopf gedrückt oder so, dass diese Frau rausgeht, dass die Tür aufgeht. Er sagt, echt jetzt? Ich habe gesagt, du hast doch gesehen, seine Hände waren auf Tresen drauf. Ich sage, Bruder, den müssen wir ausrauben. Den müssten wir ausrauben. Definitiv, Bruder. Hast du die Uhren gesehen? Stell dir mal vor, wir nehmen fünf solcher Uhren mit. Das sind 50, 60k, Bruder. Perfect Kiosk. Scheiß auf Kiosk. Er sagt, ja, aber wir müssten das Ganze vernünftig durchgehen. Plan, warte, entspann dich erst mal. Wir fahren erst mal nach Hause. Ich zeige erst mal meiner Mutter und meinem Vater so voller Stolz die Uhr. Mein Vater sagt, von wo du Hund? Ich habe gesagt, ich habe gearbeitet. Ich spare schon seit über einem Jahr für diese Uhr. Warum sagst du Hund? Sei doch stolz auf mich. Er sagt, die Uhr trägst du ganz bestimmt nicht draußen irgendwo. Er nimmt die und packt die einfach bei sich in den Safe rein. Er sagt, nur für besondere Anlässe wirst du die tragen. Was das denn, was für besondere Anlässe, Mann? Ich komme nie mit dir auf Hochzeiten oder sonstiges. Mach mal diese Filme nicht. Ich gebe mal meine Uhr wieder. Er sagt, gebe ich dir nicht. Nachher verlierst du die. Nachher zieht dir jemand ab. Hör auf damit. Nachher machen die Leute Auge. Nein. Nein ist nein. Ich so, gib mal meine Uhr. Mach mal keine Scheiße hier. Mein Vater war richtig stur. Er hat gesagt, nein, ich gebe dir die Uhr nicht. Auf gar keinen Fall. Ich bin übertrieben sauer. Ich rede mit meiner Mutter. Ich so, bitte red mal mit Barbermann, Alter. Was ist los hier? Er soll mir bitte meine Uhr geben. Sie redet mit ihm. Sie sagt, gönn ihn doch. Er will seinen Freunden zeigen und so. Mach nicht so. Er ist auch jung. Du hättest das damals genauso gemacht. Hast du nicht gesehen, was du damals gemacht hast? Du bist mit deinem Auto durch die Gegend gefahren mit deinem aufgetunten Golf 3. Du hast gedacht, du bist King von der Straße. Du hast mich deswegen geklärt. Sag meine Mutter zu ihm. Er sagt, warum nimmst du diesen Jungen Schutz? Sag, gib ihm seine Uhr. Der Arm hat ein Jahr gespart dafür, damit sie im Safe chillt oder was? Gib ihm mal seine Uhr. Was ist los mit dir? Meine Mutter, Ehrenfrau, hat dafür gesorgt, dass er mir meine Uhr wiedergibt. Ich dachte erst mal echt, die Uhr wäre weg. Ich habe Leute abgezogen. Mein eigener Vater wollte mich abziehen. Auf jeden Fall, er gibt mir die Uhr wieder. Ich habe die getragen. Ich bin erst mal zu den Breds gegangen. Auf jeden Fall, ich zeige so meinen Freunden die Uhr. Ich sage, hier, guck mal Cousins. Richtig geil. Die kommen darauf nicht klar. Woher, bitte? Was weiß ich. Ich habe gesagt, ich habe mir die gekauft. Ich habe gespart. Ich habe einfach gespart. Auf jeden Fall, nachdem ich genug angegeben habe, sind wir dann irgendwann gegangen. Wir sind als erstes in Gang Sipan und um mich. Wir sind zum Chinesen gegangen. Und das war jedes Mal ein Kampf beim Chinesen, weil die mich einfach nicht verstehen. Und ich verstehe die nicht. Und irgendwann habe ich mir angewöhnt, einfach so auf die Nummer zu zeigen und auf Cola zu zeigen und gar nicht mit denen zu reden. Dann saßen wir da. Wir haben unsere gebratenen Nudeln gegessen mit einer Currysoße dabei. Diese scharfe Chilisoße in dieser Flasche. So ein paar Tröpfchen drauf, weil die ist extrem scharf. Eine kalte Cola mit Eiswürfel und ihr seht nur noch so diese Kohlensäure, wie sie so hoch und runter springt, weil die so richtig frisch war, diese Cola. Wir haben gegessen. Und ich sage, bitte, was sagst du denn jetzt? Guck mal, wir gehen rein. Wir halten Knarre an seinen Kopf. Wir sagen zu ihm, pass auf, entweder die Uhren oder dein Leben. Ganz easy. Und ich glaube nicht, Bruder, dass die Uhren wichtiger sind als ein Leben. Er sagt, Bruder, natürlich, aber der Typ hat sich doch auch abgesichert. Der ist doch nicht dumm und dies und das und versucht mir das auszureden. Ich habe gesagt, warum, warum, warum? Ist er irgendwie besonders? Ist er irgendwie mehr wert als dieser Kioskbesitzer? Hat er irgendwie super Kräfte? Nein, Bruder, hat er nicht. Lass uns das machen. Er sagt, lass uns morgen nochmal hingehen. Ich will das nochmal sehen, dass die Tür einfach so aufgeht. Ich lenke ihn ab. Du sagst, ich gehe kurz einen rauchen und guckst du dir so lange Uhren an. Und dann gehst du raus, wenn die Tür einfach aufgeht, Bombe. Ich so, das ist ein Angebot. Lass uns das machen. Nächsten Tag nach der Arbeit, wir treffen uns. Wir gehen zu diesem Juwelier. Ich sage zu ihm, was geht, Onkel? Mein Kollege hier will auch eine Uhr von dir kaufen. Meine Uhr ist echt Baba. Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Uhr und ich liebe diese Uhr. Er sagt, Inshallah, kaufst du dir irgendwann eine noch heftigere Uhr. Ich sage zu ihm, du bist ein Ehrenmann. Sipan guckt sich die Uhren an. Ich sage, Sipan, guck du und ruhe deine Uhren. Und ich gehe raus, eine rauchen. Vielleicht hast du bis dahin was Passendes gefunden. Er sagt, okay. Er guckt sich die Uhren an. Ich gehe raus. Sipan beobachtet, ob seine Hände wieder auf den Tresen sind. Und ich gehe raus, macht die Tür auf. Geh raus, rauch eine. Alles okay. Sipan sagt, ich bin ehrlich. Ich habe irgendwie nichts gefunden, was mir so passt. Er hat natürlich drei, vier Uhr anprobiert. Die ist zu schwer, die ist zu leicht, die ist so, die ist das. All solche Filme gemacht. Auf jeden Fall haben wir dann in der Mitte zu ihm gesagt, wir möchten keine Uhr, wir ziehen durch. Wir sind rausgegangen. Ich sage zu ihm, und? Was sagst du? Ist doch Bombe gewesen oder nicht? Er sagt, bitte lass uns ihn ausrauben. Schwörst du diese Uhren? Ich habe auf Preise geguckt. Bruder, da liegen 80.000, 90.000 Euro unter dieser Vitrine. Ich habe gesagt, Bruder, wir gehen rein. Wir bedrohen ihn. Er wird sich nicht rühren. Entweder er gibt uns die Uhren freiwillig oder wir machen die Vitrine kaputt. Wir schnappen uns 80, 90.000, Bruder, das sind Uhren. Die können wir alle in eine Tüte packen. Und rennen weg. Scheiß drauf. Wir sind auch nicht mit Auto gefahren. Wir sind immer gerannt. Auf jeden Fall, dann kam Tag X. Wir haben uns entschieden, das zu machen an einem Montag. Masken rauf. Rein mit Knarre. In Bedrohung und genauso durchziehen, wie wir es gesagt haben. Dann, wir sitzen im Auto. Ich rauche meine Zigarette. Er raucht seine Zigarette. Wir sind beide voll aufgeregt. Weil es geht hier nicht um 3.000, 4.000 Euro. Wir rauchen unsere Kippe auf. Ich schmeiße die weg. Er schmeißt seine weg. Ich sage, bist du ready, Sipan? Er sagt, Bruder, wenn ich ehrlich bin. Nein. Können wir noch eine rauchen? Ich sage, ja. Und vorne ist so, bei der Gangschaltung gibt es auch immer dieses Fach, wo du dein Handy reinlegen kannst oder Zigaretten reinlegen kannst. Da lagen meine Zigaretten drin. Ich will gerade mit meiner rechten Hand, will ich die Zigaretten nehmen und er mit seiner linken Hand, weil er sitzt links neben mir. Ich will die gerade packen. Er will die gerade packen und unsere Hände berühren sich so. Und dann guckt er mich an. Ich gucke ihn an. Und auf einmal kommt er näher und will mir einen Kuss geben. Ich sage, Digga, was ist los? Er sagt, Bruder, entspann dich, Mann. Das war Spaß. Ich wollte gucken, wie du reagierst. Ich wollte gucken, ob du wach bist. Ich habe zu ihm gesagt, ich glaube nicht, dass du wolltest. Ich glaube das nicht. Bruder, was ist los mit dir? Bist du irgendwie... Digga, geht's noch? Das ist dein Ernst? Er sagt, Bruder, ich schwöre bei Gott, das war Spaß. Beruhig dich mal. Ich schwöre auf meine ganze Familie, das war Spaß. Weil ich wurde voll hibbelig. Ich habe zu ihm gesagt, Digga, du... Er sagt, ich schwöre auf meine Mutter, das war Spaß. Bleib mal locker. Ich so, okay, Mann, Alter. Ich bin jetzt wach. Wichse, Alter. Mach sowas nie wieder. Auf jeden Fall, wir haben da noch eine geraucht. Schwester, ich war kurz davor, ihm so ein Ding zu geben. Ich dachte mir, Digga, was ist los mit dir, Mann? Janni. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall. Wir haben unsere Zigarette geraucht. Ich so, bist du jetzt ready, Bruder? Er sagt, lass uns. Maske rauf. Wir gehen rein. Beide mit Knarre gegen ihn. Wir sagen, bewege dich nicht. Lass deine Hände auf jeden Fall auf den Tresen. Er macht so. Wir sagen, nein, 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 nein. Hände auf den Tresen. Er macht seine Hände wieder auf den Tresen. Wir sagen zu ihm, mach die Vitrine auf. Er sagt, nein, mach ich nicht. Wir sagen, mach die scheiß Vitrine auf. Er guckt uns an. Er sagt, er will mit uns diskutieren. Und ich schwöre es euch mit einer Präzision. Als hätte er das geübt. Kennt ihr noch diese Zeichentrickfigur Sonic? Der so richtig schnell rennen konnte. Man hat nur noch dieses blaue Licht gesehen. So war das. Zack, er war weg. Er ist durch diesen Raum, er ist durch diese Tür gerannt in den anderen Raum. Ich springe hinterher. Ich will die Tür aufmachen. Die Tür geht nicht. Geht einfach nicht. Du kommst da ohne einen Chip nicht rein. Ich renne wieder rüber. Wir wollen die Tür aufmachen. Wir wollen raus. Die Tür geht auch nicht mehr auf. Was geht denn jetzt ab, Digga? Wir schießen gegen die Tür. Wir haben uns richtige Knarren besorgt für diesen Überfall. Wir schießen gegen die Tür. Die Tür geht nicht auf. Wir schießen gegen andere Türen. Die Tür geht nicht auf. Wir sagen zu ihm, du Bastard, mach die scheiß Tür auf. Wir schreien richtig. Kein Ton, kein Mucks, gar nichts. Ich guck Sieb an und ich krieg Herzrasen meines Lebens. Ich schwitze. Mir wird warm. Meine Hände sind nass. Ich sag Sieb an, was machen wir jetzt? Bruder, wir versuchen die Tür aufzumachen. Wir versuchen die andere Tür aufzumachen. Keine Chance. Keine Chance. Es hat genau 15 Minuten gedauert, bis die Polizei da war. Und das waren die längsten 15 Minuten in meinem ganzen Leben. Ich habe an meinen Vater gedacht. Ich habe an meine Mutter gedacht. Wie mein Vater um mich weint. Wie meine Mutter um mich weint. Wie seine Eltern um ihn weinen. Wie wir beide definitiv in den Knast kommen. Definitiv. Wir gucken uns beide gegenseitig an. Wir sagen... Wir sind geballert. Wir sind einfach geballert, Bruder. Was machen wir? Und dann sehen wir nur noch, wie so ein Polizeiauto mit einer Geschwindigkeit direkt vor diesem Laden parkt in der Innenstadt. Bremst. Aussteigt. Tür einfach aufmacht. Und sag so Jungs. Sofort Hände hinter den Rücken. Umdrehen. Unsere Waffen haben wir natürlich weggepackt. Wir waren beide so. Natürlich wo die Polizei reinkommen ist. Beide Hände hoch. Die haben gesagt... Nicht bewegen. Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Keine falsche Bewegung. Die haben uns direkt festgenommen. Und in dem Moment, wo unsere Hände in Handschellen waren, ist der Typ aus diesem Raum rausgekommen. Er sagt, was denkt ihr eigentlich? Die seid irgendwie behindert oder so. Ich habe hier Ohren im Wert von zwei, dreihunderttausend Euro in diesem Laden. Und ihr denkt, ihr könnt mich einfach ausrauben? Und die Tür geht einfach auf. Wir haben gesagt, deine Hände waren doch auf dem Tresen. Wie hast du das gemacht? Er sagt, das ist natürlich nicht hier. Bist du irgendwie dumm? Unten mit dem Fuß geht alles zu. Wir beide gucken ihn an und wir denken so, scheiße Mann. Das daran haben wir ja gar nicht gedacht. Wir sind mitgenommen worden. Wir waren in U-Haft. Schwerer Raubüberfall. Ich denke mir nur noch, scheiße Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Wir beide haben einfach dafür sieben Jahre gekriegt. Andere Straftaten konnten uns auch noch nachgewiesen werden mit diesem Kiosk und sowas. Die haben die ganze Zeit Spuren gesucht und wir haben denen einfach die Spuren geliefert. Ich sieben Jahre. Sieb an sieben Jahre. Ich habe es sofort bereut. Sofort. Es hat keine Jahre, Wochen, Tage gedauert, bis ich es bereut habe. Ich habe es nicht bereut. Wir hatten Geld. Wir haben Geld gemacht. Wir hatten diese Drecksuhr, die ich hatte. Aber wenn ein Mensch gierig wird und immer mehr will und immer mehr will und immer mehr will. Scheiße, Mann. Wir hätten das nicht tun sollen. Sieben Jahre unseres Lebens verschwendet. Was wir alles in der Knastzeit erlebt haben. Schlägereien, Probleme mit Beamten, Probleme, Kopfgeficke, alles mögliche, alles mögliche. Wir haben natürlich auch ein paar lustige Situationen so im Gefängnis gehabt. Aber Geld ist nicht alles im Leben und das habe ich schon in so vielen Storys erzählt. Den größten Luxus und das Schönste auf dieser Welt kannst du mit Geld nicht kaufen. Junge Leute sind immer sehr, sehr hungrig nach Geld, nach Macht, Autos, gut aussehen, geile Klamotten, dies und das. Aber wenn es dir gesundheitlich gut geht, wenn es deiner Familie gesundheitlich gut geht, dann hast du alles, was du brauchst. Ich hatte zum Beispiel einmal mitten in der Nacht übertriebene Zahnschmerzen. Ich bin sogar zum Zahnarzt gegangen, zum Bereitschaftsdienst. Irgendwas hat er gemacht. Es hat nichts gebracht. Meine Zahnschmerzen, die haben mein Leben auseinandergenommen. Die haben mein Leben auseinandergenommen. Und kein Geld dieser Welt hätte dafür gesorgt, dass diese Schmerzen aufhören. Versteht ihr, was ich meine? Außerdem ist auch natürlich nicht zu vergessen, das Ganze hat damit angefangen, dass wir in der Spielothek waren, spielsüchtig waren, Geld brauchten für unsere Spielsucht. Auch damit hat alles angefangen, dieser ganze Kreis hat einfach in dieser Spilo angefangen, wo wir schon Geld quasi bezogen haben aus der Unterwelt. Es ist schmutziges Geld. Damit haben wir uns quasi alles verbockt. Damit hat es angefangen. Geld in der Spilo gewonnen. Mehr Geld für Spilo, damit wir unsere Sucht befriedigen. Kiosk überfallen. Diese Leute, die wir auch überfallen haben, die stehen da stundenlang in einem Kiosk, um sich und ihre Familien zu ernähren. Und wir rauben die einfach für unsere Sucht aus. Es hat alles damit angefangen. Lasst die Finger von Spilo, Drogen, Überfällen und solche Sachen. Ihr macht euch euer Leben kaputt. Freunde, bitte. Ehrlich, denkt darüber nach. Macht das nicht. Es bringt nichts. Ihr zerstört euer Leben. Ihr zerstört das Leben anderer Menschen. Ihr zerstört das Leben eurer Familie. Denkt da dran. Wir werden alle irgendwann von dieser Welt gehen. Wir sind nicht unsterblich. Wir sind alle nicht unsterblich. Wir werden irgendwann sterben. Das geht ganz, ganz gezielt an die jungen Leute. Überlegt euch bitte jeden Schritt, den ihr tut. Macht eure Schule. Macht euch Gedanken über eure Zukunft. Macht eine Ausbildung. Geht studieren. Macht was aus eurem Leben. Gründet eine Familie. Habt einen gut bezahlten Job. Ihr müsst das alles nicht machen. Ich küsse eure Fingernägel. Folgt mir und mein Bramilio auf Insta. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke. Pusht diesen Kanal auf YouTube und auf TikTok. Vielen, vielen Dank an die ganzen stabilen Freunde, die auf TikTok meine Videos hochladen. Einen riesen, riesengroßen Dank für euren Support. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht hier erwähnt. Es gibt viele, viele, die sich die Mühe machen und Shorts von mir auf TikTok hochladen, wo unten dann dieser Teppich ist, der gereinigt wird, der irgendwie nie sauber wird. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support, für euren täglichen Support. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und das war es. Euer Saeed Ibrahim. Ich küsse augen Sie auf jeden Fall. info ich Untertitelung des ZDF, 2020